Zum Ende der Beste vom Dressurvieh-Eck hier am Donnerstag Jan-Felix Pfeffer. Das ist also die Top-Gespanne aus deutscher Sicht, die wir noch erwarten. Alles wichtige Fahrer für unsere Mannschaft, für unsere Punkte im Nationen-Mannschaft. Und einmal mehr die Niederlande im Innern des Nr. 7, Rundbergs ist Salun. Hendricks, Karl Hendricks mit Gespanne Nummer 66. Das ist auch die Niederlande im Innern des Nr. 7, Rundbergs. Oh, mein Gott.